Also die erste Frage, darf man Filme mit Musik im Hintergrund gucken? Das ist natürlich nicht erlaubt. Einmal, die Musik ist sowieso nicht erlaubt. Wie soll sie dann erlaubt sein, wenn man dabei noch andere Sünden macht? Wie zum Beispiel Filme, die unbedeckte Frauen haben. Welcher Film heutzutage hat keine unbedeckten Frauen? Und genauso, der Inhalte vermittelt, die gegen den Islam stehen. Und der die Jugend kaputt macht mit komischen Denkweisen und so weiter. Also da gibt es keine Darura, wo man sagen könnte, vielleicht wenn man dort im Lidl ist und da läuft Musik im Hintergrund, da kann man nichts dafür. Aber man muss so oder so einkaufen gehen. Aber den Film musst du nicht so oder so anschauen. Es ist sowieso schon verboten wegen den Frauen, die da sind, wegen den Inhalten, die vermittelt werden. Und dann auch noch Musik, dann ist es noch mehr verboten. Und das gleiche gilt für Netflix, für Serien, für was auch immer. Ja, daakir al-Azhar.